Euer heiliger Gipfel ist sicher, König Grollbart. Die Berge donnern unter den Füßen eurer kriegsbereiten Armeen. Doch noch immer ist eure Rasse bedroht. Ich habe noch mal umdisponiert, habe mich dazu entschlossen, nur in Anführungszeichen auf der Stufe schwer zu spielen. Ja, das muss reichen, weil das letzte Mal, glaube ich, habe ich auf der Stufe sehr schwer gespielt und da hat mir dann die KI irgendwann eine Fullstack Armee nach der anderen um die Ohren gehauen und irgendwie habe ich darauf keinen Bock. Ich werde die Schlachten auf der Stufe sehr schwer schlagen und die Kampagnenkarte ist auf der Stufe schwer. Ich denke, das sollte genügen als Herausforderung. Wie schon gesagt, ich sehe mich da eher noch als Neuling, auch so in diesem ganzen Umfeld. Nebenbei, ich werde hier ein bisschen schneller durchklicken. Sie müssen eiligst aus diesen Bergen vertrieben werden. Kein Zwergenkönig darf derartiges Pack so nah am Immergipfel dulden. Ja, sehe ich genauso. Wie schon gesagt, ich werde jetzt nicht jedes, alles was er sagt, die Dinge, die klar sind, werde ich einfach weiterklicken. Ja, und für alle die, die das Tutorial noch nicht gespielt haben oder neu im Spiel sind, die können sich ja das hier auch gerne durchlesen. Genau, also ab jetzt werde ich sehr schnell durchklicken, weil hier geht es jetzt um Bauen und Rekrutieren und das tue ich mir jetzt mal nicht an. Und wie bewege ich meine Einheiten auf der Karte? Ja, dann nehmen wir gleich mal hier von denen. Wir werden erstklassige Krieger sein. Kümmern wir uns auch um die Verbesserung eurer Infrastruktur daheim. Ein solides Hauptquartier wird sich in... Wir werden das auch hier weiterbilden. Dann können wir ganz tolle Armbrustschützen bauen. Da würde ich gerne das hier machen. Die Geschosskrieger pimpen. Ja, bitte mal weitermachen. Auf dem Bergpass im Osten versammeln sich... Ja, wir werden sie auch angreifen. Greift sie an? Ja. Nebenbei, das ist das große Buch des Grolls. Man sieht hier immer, was man tun soll, welche Ziele man erreichen soll und was man dafür als Belohnung bekommt. Deswegen lohnt sich das, das hier auf alle Fälle zu machen. Ja, und dann würde ich sagen, wir schlagen unsere erste Schlacht. Aber die machen wir automatisch. Verluste, Verstärkungsrate, minus 5. Hm... Rang erhalten, das ist schon mal gut. Ne, ich möchte eine schnelle Verstärkung haben. Wir haben jetzt hier der Groll der grünen Eindringlinge. Das haben wir geschafft. Wir kriegen dafür 1000 Goldstückchen. Ja, auch das machen wir. Aber vorher greifen wir hier an. Und... Ja, das spielen wir auch gleich mal selbst. Ja, dann können wir hier schon die Garnison der Stadt ziemlich dezimieren. Und ihn hier können wir auch jetzt endgültig raushauen aus dem Spiel. Das Gute ist, am Anfang haben die Orcs noch relativ wenig Kavallerie. Das wird sich dann irgendwann ändern und dann ist das nicht mehr ganz so easy peasy. Ihr stellt euch mal bitte hier so am Hang auf. Ich, ähm... Oder? Ne, so. Die kommen ja von da. Alles klar. Gut. Oder? Ne, sie kommen von da drüben. Ich wusste es doch. Hier ist doch der rote Punkt. Also das passt schon. Einmal hier aufstellen. Da kommt dann die Garnisonsarmee rein. Ja. Passt. Die sollen da gleich mal reinfeuern. Na ja, okay. Die hinteren getroffen, auch gut. Stopp. Ihr könnt jetzt gleich mal hier auf die schießen. Und dann bitte einmal auf die. Du gehst hier auf den da los. Und dann bitte einmal auf die schießen. Da hat ihn unser Zwerg erstmal umgebufft Ah, du wirst mal nicht schießen, sondern du wirst mal dich da hinstellen oder einfach so rumdrehen Okay Hier stellt euch mal bitte hier hinter Haben die da irgendwo, ne die haben keine Fernkämpfer dabei Das heißt wir können da schön reinheizen Und von denen hier müssen wir so viel wie möglich wegholzen Ah, der soll sich hier um die kümmern Let the vengeance begin Move to attack Hammerers Attack Vengeance Take again Yes Move to attack Kazup 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 좋을izeile Kazup jetzt fliehen alle wollen natürlich so viele wie möglich noch mitnehmen einmal bitte auf die schießen einmal bitte auf wer hat da noch mehr auf die da und du ziehst dich mal zurück weil der ist so langsam dass er da nicht wirklich das katapult lassen wir auch lieber hier in die masse reinschießen und wir machen ein bisschen schneller ja ok das war es dann wie weit schießt unser katapult noch ok gefecht beenden gefecht beenden sehr schön 18 verluste ich denke das ist akzeptabel ja ich habe schon ein bisschen bock hier was zu reißen allerdings ich werde mal sehen wie weit ich komme wie schon gesagt ich möchte das ziemlich stressfrei spielen ich habe mir jetzt keine großen ziele gesetzt ich spiele mal so ein bisschen vor mich hin und dann schauen wir mal wie weit wir mit dieser methode so kommen ok da haben wir auch schon unseren ersten häuptling besiegt glückbringender schild ok auf der vorderseite dieses schilds wird ein krieger von einer unbekannten herren gesegnet das sie gewährt dem trägerschutz besonders gegen feinde mit geschossen naja siehste hoho krass jetzt gucken wir hier gleich mal rein der hat jetzt zwei pünktchen bekommen ähm gehen wir mal kurz in die details er hat ein glücksbringendes schild schadensresistenz mal gar nicht so übel keine verzaubern ich habe noch nichts weiter als das und fähigkeiten welche fähigkeiten wollen wir hier ausbauen also ich denke das ist sowieso immer gut nahkampfangriff plus fünf beim kämpfen gegen grünhautstämme das werde ich auf alle fälle nehmen und auch das wachstum ich möchte nicht zu sehr oder zu schnell lospreschen ähm und damit komme ich eigentlich vielleicht mal zu meiner strategie die ich fahren möchte ähm ich möchte mich hier in ruhe entwickeln ja ich werde ihm diese zwei städte noch abluxen dann habe ich hier eine komplette provinz und zwar ist das die provinz silberstraße die möchte ich gerne für mich in anspruch nehmen wenn ich es schaffe irgendwie den grommengipfel noch zu nehmen wäre das ziemlich cool muss aber nicht sein ja vielleicht ähm hier sind glaube ich auch zwerge vielleicht können die das übernehmen und deswegen kommen wir gleich mal zur diplomatie mal gucken was die so machen können moderat militärischer zugang ab abgelehnt ja nicht angriffspakt ist für mich auch erstmal fein so soll es sein und ihr was könnt ihr ja sogar ein schutzbündnis das würde ich sogar gleich mal annehmen wollen zahlungen gucken wir mal ob sie das noch mitmachen ne ok dann vielleicht nur ein schutzbündnis ja warum habe ich das getan zum einen wir werden verbündete brauchen ja ähm und dieses zwergenvolk hier schützt sozusagen den eingang zu karak und ähm ja der hat hier mit diesen scharf augen deren bewegungen wir ja auch im auge behalten sollten genug zu tun so und das mache ich jetzt aber automatisch leute das hat sogar die kai geschafft 0 zu verlieren das ist mal sehr gut ich glaube fähigkeit rune der vorfahren unerschütterlich in der not wenden sich zwerge den runen der vorfahren zu sie erinnern sich an die pflicht die nun auf ihren schultern ruht und sie halten stand verbündeter ok sehr cool eure zwerge wurden mit der reparatur der eroberten stadt beauftragt herr doch gibt es noch viele grolle zu begleichen das denke ich auch und blutlusterne vampire drohen eurem volk im norden und euer berg ist erst dann sicher wenn die letzte grünhaut niedergestreckt ist in den krieg ich werde hier von anfang an sehr stark auf ja auf waffentechnik setzen weil ich will von anfang an meine armeen so gut wie möglich ausgerüstet haben und wartet mal kurz ich könnte hier natürlich auch die edelsteinmine bauen mache ich vielleicht auch irgendwann aber das problem ist ich baue jetzt hier eigentlich sowieso schon falsch in anführungszeichen falsch weil letzten endes ist das nur ein drei ja stufen gebäude in einer provinz hauptstadt nichtsdestotrotz sind hier ein paar gute einheiten dabei die ich möglichst schnell an die ich möglichst schnell kommen will und ich möchte auch die zwergen feste das heißt die stufe drei so schnell wie möglich zu erreichen ja das ist jetzt mal mein plan ob mir der gelingt ob das weise ist kann ich euch nicht sagen auch hier möchte ich so schnell wie möglich die nächst besseren ja wie soll man sagen die nächst besseren einheiten haben weil das hier zum beispiel das ist schon eine extrem gute einheit das sind zwar nur 40 das muss man bedenken ja aber die haben eine rüstung von 80 gut sie haben keinen angriffs bonus ja aber eine nahkampf abwehr und nahkampf angriff von 20 beziehungsweise 28 eine ziemlich geschwindigkeit eine relativ hohe reichweite geschoss schaden 80 18 führerschaft 66 zum vergleich hier der geschoss schaden hier ist höher die reichweite ist höher gucken wir mal kurz da rein munition ist gleich waffen danke wo war der jetzt hier ist auch gleich nahkampf abwehr auch gleich moment mal sind die überhaupt so gut ist eigentlich sogar langsamer aber sie haben halt diese rüstungs durchdringen ja mhm 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 können ja nichtsdestotrotz also dass wir irgendwann mal gyrokopter wollen steht wohl außer frage und deswegen ich werde hier gleich auf die waffen setzen dann werden wir ihm hier noch mal seinen nächsten punkt verpassen plattenrüstung oder 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 das hier will ich eigentlich haben ein blitzschlag das ermöglicht mir blitzschlachten wenn verstärkungen anwesend die option zum austragen einer blitzschlacht erscheint in der öffnungsübersicht durch aktivierung wird verhindert dass sich verstärkungen der schlacht anschließen das heißt immer wenn ich angreife zumindest wenn ich angreife habe ich die möglichkeit die verstärkung bestimmte armeen zu verhindern deswegen würde ich sehr schnell darauf hin zielen wollen und das heben meinem schergen da dieses dings geben fähigkeiten details rune der vorfahren das war schon mal kein so schlechtes ding gut es gibt noch mehrere rolle zu begleichen ja das ist jetzt hier hinten irgendwie so eine mission die da gleich auf und wir werden einfach weitermachen so wer hat hier wem dem krieg erklärt krieg erklärt von kastein den zufbar krieg erklärt die scharfe augen krieg erklärt haarknoten die haben sich gegenseitig den krieg erklärt ist ja cool die gehen also untereinander auf aufeinander los das ist schon mal sehr gut und werden sich hier unser erholt werden wir ihm auf alle fälle noch ein paar gute einheiten zu schanzen wie viele haben wir jetzt 1 2 3 4 5 6 7 machen wir es mal so das sollte erst mal reichen ich möchte die mission da hinten spielen jetzt gucken wir einfach mal was da so geht wie viel brauchen wir für zwei naja das kriegt man schon hin der geschaffsschaden da habe ich nicht bock drauf so ich werde das jetzt hier nicht ausbauen ja ganz bewusst nicht sondern ich werde warten bis ich hier die zwei auf alle fälle zusammen habe und dann können mal weiter gucken was wir hier so tun dann lasst uns mal darüber gehen ja das machen wir selber ich möchte möglichst ohne verluste aus dieser schlacht hervorgehen wir müssen natürlich aufpassen auch die orks haben ihrerseits diese fähigkeit feindliche siedlungen und auch feindliche armeen durch diese tunnel systeme zu umgehen sind natürlich aber auch anfällig dann durch mich gefangen genommen zu werden so möchte ich das mal bezeichnen wir sollten jetzt hier ausreichend viele sperrwerfer haben wir stellen die davor das passt und king kommt auch nach vorne halt mal gucken wie ihm das gefällt wenn er jetzt da gespickt wird so ein kleines miet schild so pause die schicke ich mal hier rein die schicke ich mal darunter ihn schicke ich auch hier vor so habt ihr euch nicht zurückgezogen ihr penner das habe ich jetzt das verstehe ich meine aber die waren relativ stark hier sich darin sich zu verteidigen so das ist auch schon der sieg wir brauchen ja auch nicht großartig den helden mimen können das gefecht getrost beenden 22 verluste ja gut das können wir uns einfach mal morguls eisen kiefer das hört sich so ein bisschen nach berlin an war wir haben einen entscheidenden sieg errungen das ist doch toll und wir besetzen die natürlich alles andere würde gar keinen sinn machen wir konnten diese provinz gänzlich unter kontrolle verbringen und wir können natürlich jetzt einen erlass erstellen und welchen erlass ich da gerne erstellen will ist wachstum steuersatz minus zehn prozent baukosten nein ich werde auf moment rekrutierungskosten ist natürlich auch interessant gebäude kosten im moment lieber auf setze ich da mal lieber auf wachstum das ist ja auch sehr das passt schon so und auch hier werde ich jetzt einfach mal auf wachstum setzen dann kriege ich da noch mal plus jeweils 15 prozent oben drauf und das sind dann schon mal wieder 90 dann geht es relativ schnell gut was mich jetzt bloß ein bisschen wundert ist normalerweise kriegt man hier immer eine wie soll ich sagen eine mission die ist jetzt allerdings nicht da ich hoffe dass es jetzt nicht dramatisch aber bis jetzt sieht es doch gut aus oder kapitel ziele verfügt am ende eures zuges über ein einkommen von mindestens zwei vor dann das kann noch ein bisschen dauern dauern musterungssaal was ist in der musterungssaal okay das ist wahrscheinlich dann die endausbaustufe schließt anzahl der zwei das passt auch da kriegen wir jetzt auch bald unseren ersten tausi zusammen lasst uns noch mal kurz hier hingehen und schauen ob die irgendwie militärisches bündnis wollen die noch nicht haben wir gemeinsame feinde konzentriert euch mal hier auf die armee haltet die mir ein bisschen vom leib moderat militärisches bündnis sehr schön und ihr greift bitte gleich mal den gräumen gipfel da oben an jawohl dass ihr diese typen hier ein bisschen im zaum haltet für mich so er hat wieder ein pünktchen bekommen das ist herz aller liebst das hier ist eigentlich nicht schlecht da kriegen wir eine bessere chance die armeen die versuchen an uns vorbei zu schlüpfen abzufangen das ist sehr gut finde ich ja und wir machen weiter ja ihr seht schon die armee da rechts ja genau das habe ich gemeint da hat sich dieser kleine punkt schon ausgezahlt ich wem wem gebe ich das banner zieht die rune oder das banner auf die einheit der sie zugewiesen werden soll und wir werden das natürlich spielen ist doch klar und wenn mich nicht alles täuscht also zumindest bei den zwergen ist es so dass wenn ich jetzt diese armee schlage sollte sie eigentlich vernichtet sein aus dem grund weil ich sie ja abgefangen habe und sie nicht flüchten kann irgendwie die minors die brauche ich nicht unbedingt die können ruhig da vorne irgendwie verrecken warum nicht so du gehst auch mal als brecher nach vorne jetzt müssen wir nur gucken kommen die uns entgegen oder bleiben die stehen die bleiben stehen ja und siehe da die haben sogar einen wolfsreiter mit bogen ja 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 so aber wisst ihr wie ich das mache ich stelle jetzt die trotzdem hier vor auf und jetzt war mal ein bisschen langsamer unsere ballisten soll mal hier ein crack sehr gut der hat keine sehr gute rüstung morgen den habe ich doch schon mal erledigt oder nicht da schießen auch schon unsere ersten die sind schon gleich mal ein bisschen gestoppt worden und da sieht man schon dass diese armbrust schützen die wir haben durchaus ihr geld wert sind stoppt mal ihr werdet auch erst mal nur verteidigen außer ihr ihr geht in den angriff über und er hilft euch dabei ohne schütterlich und was ist das hier sehr gut pause ihr schießt mal bitte hier die da zusammen genau wie ihr auch und du kannst gerne mal da hinten drauf ballern und dass die sich sammeln so jetzt dürften alle fliehen auf ARD Text im Auftrag von Funk dann haut doch mal hier rein ja der ist tot sehr schön das ist unser sieg lassen wir die ruhig noch ein bisschen schießen sehr gut nur für den fall dass die doch nicht alle tot sind dass ich jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter ballern gut jetzt denke ich reicht da dürfte von ihm nicht mehr viel übrig geblieben sein verluste 20 ich denke das ist annehmbar halb björn barbar der norse ok cooler name so da können wir mal eher keine gnade scharfe augen und grünen augen haben sich zu schlammen zusammengeschlossen mail zusammengeschlossen das ist nicht gut für uns das ist nicht gut für uns das ist nicht sehr gut für uns mauerbrecher feindliche belagerungszeit das ist immer gut plus zwei runden bis überschuss 3 die grünen augen machen uns da schon ganz schön schwierigkeiten kann ich euch sagen aber ich will die hier auch weg haben wollt ihr vielleicht auch ein bündnis mit mir haben das ist sehr komisch irgendwie ok ok gut kann ich jetzt auch nicht ändern leute es hat mir spaß gemacht das war die erste folge 41 minuten sind um ich hoffe es macht euch genauso viel spaß wie mir und wir hören uns in der nächsten folge bis dann noch ein ein wir Grenze.